Unser Schiff wird attackiert und ich kann nicht allein kämpfen. Hier der richterliche Beschluss. Ich habe jetzt die Kontrolle über Ihre Kanzlei. Weil die Kammer uns jemanden geschickt hat, der uns nun auf die Finger schauen soll. Wie verhindern wir das Gespräch? Ich habe hier nichts verloren. Ich verschwinde. Ich frage mich gerade, auf wessen Seite Sie wohl stehen. Zu den Dingen gehört ganz bestimmt nicht nur das Litzverrat. Das ist nicht Ihre Kanzlei, Faye, sondern meine. Dann können Sie Ihre Kündigung einreichen. Und ich werde dich gerne trösten, wenn du heulst.